hallo meine freunde des bastelns ja lange habe ich mit mir gerunden ob ich auch mal so ein paar kleine bastelvideos machen soll ich habe mich da im internet geschaut und einiges gefunden was mir gefallen hat naja darum geht's kennt ihr wahrscheinlich modellbau weihnacht bekannte firma artikelnummer ja was soll ich dazu sagen diesen wagen den suche ich nun schon seit gefühlten mensch 20 jahren oder so ich habe keine ahnung der war mir einfach immer so teuer und was sehe ich bei ebay das ding habe ich geschossen ich glaube für 50 euro mit versand naja lange rede kurzer sinn ich musste zuschlagen und habe mir gekauft ja was erwartet euch in so einer schachtel ja die rest des bausatzes das alles schön gepolstert hier mit so einem noppenschaum und man kann hinterher den wagen da auch noch schön reinpacken die kurzkupplungskulisse habe ich noch nicht montiert ich kann mich bei so einem wagen nicht so richtig damit anfreunden ob das nicht doch noch feiner geht ja die puffer sind noch nicht montiert und naja die schraubenkupplung hübsches teil von weihnacht aber dann fing ich an zu überlegen wenn ich schon so ein messingmodell zusammen basteln dann möchte doch bitte schön die kupplung auch funktionabel sein und puffer einbauen aus metall dann die möchten doch dann aber auch eigentlich federpuffer sein oder wie denkt ihr darüber schreibt es in die kommentare naja lange rede kurzer sinn hier ist der wagen er ist schon fertig ja ich habe mich zu spät dazu durchgerungen ein video darüber zu machen ein schönes messingmodell ich habe schon ein bisschen angefangen mit grundieren ja wo fange ich am besten an also er ist ein klein wenig knifflig aber dann wiederum auch nicht ja ich habe hin und her überlegt ich habe mich mit anderen beraten ich habe mit sekundenkleber zusammengebaut also löten hin oder her für ein leinen also wirklich das wird glaube ich nichts da er aus sekundenkleber besteht könnte ich noch ein aceton einlegen war es aceton jedenfalls dann löst sich der gesamte wagen wieder seine einzeteile auf also die seitenteile hier das da liegen zwei teil übereinander der rest sind fertige teile also ich habe jetzt im internet videos gesehen da ist dieses kreuz in der mitte auch ebenfalls aus gelochten plasteteil nachgebaut ja also bei weinhardt wiederum ist es nicht deswegen lehne ich mir jetzt mich jetzt weit aus dem fenster raus und behaupte weinhardt hat das richtig recherchiert und die kollegen die das aus plastematerial gebaut haben liegen etwas falsch nur jetzt überlege ich schon diesen wagen noch mal zu bauen auch aus plastel ich habe alle wichtigen maße schon mal ab kopiert das dürfte doch eigentlich zu machen sein jetzt wo ich das bei youtube schon gesehen habe bei anderen ja was gibt es dazu noch zu sagen ach so passt auf bei diesen beiden teilen hier das sind zwei verschiedene und zwar einmal hier drüben sieht man es geschraubt da drüben geklebt hier sind die schräubchen das sind diese wangen ich sag jetzt mal die wo die spitzen lager für die räderchen drin sind für die achsen ich habe diesen wagen komplett ohne anleitung zusammengebaut das geht eigentlich erschließt sich das mit dem zusammenstecken das wird hier richtig wie soll man so sagen unverwechselbar zusammengesteckt also hier drüben fangen natürlich die kleinsten teile an und hier drüben ist eine steigung drin also irgendwie ergibt sich das logisch wie das zusammengehört und diese teile werden auch so überlappend so in schlitze zusammengeschoben also das ist eigentlich alles das ist gut erklärt aber ich habe demzufolge hier einen fehler gemacht wo hier schräubchen reingehören ja wie soll ich das sagen ist auf der seite drüben das gewinde das habe ich zu spät gemerkt ich dachte das ist dasselbe aber nach dem zusammenkleben habe ich dann festgestellt wenn ich leute wenn ihr mal die achse tauschen wollt müsst ihr das aufschrauben können also bei mir wird dann bei diesem axt gestellt hier drüben leichte demontage arbeiten auf mich warten aber ich sage mal so das sind niedrige spurgrenze was soll ich da tauschen und ich habe in meinem leben auch noch nie einen ratsatz tauschen müssen metall wohlgemerkt der kaputt war das hatte ich noch nicht also ich habe es nicht auseinander gerissen ich habe es so belassen so zweitens was ich verbessert habe da war ich ein bisschen enttäuscht von weinhard keine funktionierende schraubkupplung schraubenkupplung dann keine funktionierenden federpuffer hätte ich eigentlich in der preislage erwartet das ding kostet weit über 100 euro so wie ich mich da rumgeräuchte habe naja egal also hier drüben das gestänge habe ich ein bisschen nachgebildet wird man jetzt maulen leihenhaft ich habe es einfach mit sekundenkleber außen drauf gesetzt also von da stundenlang was aufbohren um da ein drädchen durch zu friemeln bei vielen von meinen plastil wagen habe ich inzwischen eigentlich bei fast allen dieses gestänge nachgebildet aufgeklebt sekundenkleber neu schwarz lackiert alles alles kein problem ich habe bisher noch nichts verloren ähm ja bei mir fahren die wagen aber auch relativ vorsichtig so was wollte ich dazu noch sagen wie gesagt das kleben da muss man sich ein bisschen beeilen mit sekundenkleber das hier drüben fand ich schön hier unten ich zeige ihn jetzt mal von der richtigen seite die sogenannten rangier griffe die waren schon fertig dann die habe ich bei meinen plastil wägelchen von rocco oder wo auch immer habe ich die selber gebogen aus draht und einfach unten ran geklebt so einfach wie geschmacklos und schwarz lackiert sieht wunderbar aus wenn man von der seite schaut hier bremsschläuche das war alles schon dann bremsschläuche diese kleinen rangier griffe selbst dieser tritt rangiert tritt der war schon angegossen die bohlen hier oben das ist ein extra teil theoretisch kann man das rausziehen und wieder reinstecken ich habe es dann dabei belassen dass es so schwer reingeht ähm das ist einfach abstecken lassen dass es nicht geklebt so das nächste was futzlich ist hier oben soll man ketten glieder aufschneiden das ist ein kettchen was geliefert wird aufschneiden und rankleben irgendwie einfädeln leute das hat mich nerven gekostet die rungen könnte man theoretisch funktionierend gestalten dass man die abnehmen kann die sind hier unten eingesteckt das ist ein formteil was fertig ist hier an der seite ist ein winziges loch da sieht man es ein winziges loch da gehört ein kupferdraht durch also nachdem ich fünf minuten probiert habe ein kupferdraht von da nach da durchzustecken das geht nicht ich habe die dinge einfach mit sekundenkleber befestigt und das war's wenn es mich doll reitet stecke ich von der einen seite diesen abgewinkelten kupferdraht rein den man selber abwinkeln muss äh der soll wohl diese verriegelung äh darstellen ne das habe ich bisher noch nicht gemacht so bei den Bohlen ist mir ein klitzekleiner fehler passiert die kenner von euch werden das dann sehen Bohle Nummer 1 ist falsch aufgeklebt die gehört praktisch drei millimeter weiter weg mit abstand ich habe es dabei belassen es ist doch total egal das sieht im stehen keiner so ja wie gesagt das mühsamste ich habe es dabei den wunderschön Untertitelung des ZDF, 2020